Die Sonne geht auf oder ist aufgegangen und wir wollen. So, dann müssen wir auf einen angenehmen Flug. Oh, ist eine spanische Minute, ist so schnell. So, dann Transform. So, dann gehen wir auf eine flusses Halt. So, dann gehen wir auf einen angenehmen Flug, und dann machen wir mal wieder dazu. So, dann kommen wir auf einen angenehmen Flug. So, dann kommen wir an, auf ein spiel. So, dann liegt das an die Fluss. Vielen Dank. Schöpisch. Weißt du, das ist jetzt diese Bege, warum man sagt, Bisslorf hat die meisten Rhein-Kilometer wegen dieser vielen Kurven. Nachdem wir jetzt eine ganze Zeit über einer heftigen Wolkendecke waren, ist nun da unten endlich was zu sehen. Schöpisch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Schöne Ja, weil wir in ein Loch geflogen sind. Ja, das ist so schön. 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 Cabin Crew, take a seat for landing, please. Da geht's so schön. Wie ist das? So, das sieht aus. Und, ja, die andere. Ja, das ist so schön. So, das sieht aus. Nach der Dach-Starn mit der Erfindung. Oh, 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 oh. Da hinten sieht man so ein bewältetes Dach. Siehst du das? Nein, ich sehe das. Bei dem Bernabéu. Auch ganz groß. Das kann sein. Nein, das ist nicht mehr so gut. Ja, jetzt sieht man es nicht mehr so gut. Da sind die Häuser so klein. Wir fahren in die Stadt. Bitte. Ja, da ist ein Kniemach. Da ist ein Kniemach. Da ist ein Kniemach. Das war's, ja.